Heyho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Moment, ich muss das Mikrofon anders hinstellen. Ja, falls mich ein bisschen komisch anhöre, ich bin immer noch erkältet. Wir machen aber genau da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Nämlich mit der Quest um das Petra und das Erenis. Oder ich weiß nicht, wie dies ausgesprochen wird, sorry. Ja, hallo Jade. Tilda, hast du eine Veränderung im Wald bemerkt? Nee, immer noch nicht. Spürst du das? Es ist, als würden Petra und Erenis nach dir rufen. Du solltest nach ihnen Ausschau halten. Es fühlt sich so an, als wollten sie etwas von dir. Finde heraus, was sie wollen und komm zu mir zurück. Okay, dann gehen wir die beiden mal suchen. Ja. Ist für mich wieder ein paar Tage her, seit der letzten Aufnahme. Ich werde auch heute ein bisschen mehr aufnehmen. Also, die nächsten Folgen werden immer noch mit meiner Gratschstimme sein, sorry. Weil ich nächste Woche einige Arzttermine habe. Beziehungsweise von euch aus gesehen ist das jetzt der Mittwoch. Ja, da habe ich... Nee, der Mittwoch ist tatsächlich der einzige Tag, wo ich keinen Arzttermin habe, außer sehen. Aber dann müssen wir zu meinen Schwiegereltern. Äh, ja. Petra müsste hier oben sein. Da ist es. Dürfen wir einfach drangehen? Cool. Hi. Das Pferd beobachtet dich neugierig, als würde er sich irgendwo hin begleiten wollen. Das Pferd stößt sich mit seiner Nase an und nickt in Richtung des Runesteins. Ah, sollen wir jetzt einen Runestein machen? Okay. Süß. Süß. Okay, dann machen wir einen Runestein. Da hinten gibt es ja einen. Äh, stopp. Habe ich überhaupt... Ja, ich habe genug Pulver dabei. Ah, das ist der doofe Runestein. Nee, zu dem will ich nicht. Das ist der doofe Runestein. Wir gehen lieber zu dem Runestein. Entweder unten am Wasser oder... Jo, gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, welche Runestein ich hier freigeschaltet habe. Ja, gehen wir zu dem am Wasser erst mal. Wenn ich den schon freigeschaltet habe, heißt das. Ansonsten gehen wir zu dem rüber auf der anderen Seite. Ja, mal wieder einige Arzttermine, die mir hinterherlaufen. Und... Nee, den habe ich noch nicht freigeschaltet. Okay. Dann ab zu dem hinten auf der anderen Seite. Ja, deswegen wird es ein bisschen... Deswegen muss ich ein bisschen vorproduzieren, damit ich auf jeden Fall für die nächste Woche genug Videos habe. Sonst hänge ich nämlich da und habe nichts, was ich hochladen kann. Für Montag hätte ich noch, aber halt... Also, ich nehme das hier gerade am... Am 19.10. auf, also... Ja. Letzte Woche von euch gesehen. Ja. So, da ist der Runestein. Ah, und hier ist direkt eine Tasche. Schön, 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 schön. Das ist doch super. Ähm, ja, machen wir das sehr schwere. Start. Also, wir brauchen einmal ein T mit einem Punkt, der Wind mit den Kreisen, ein C, ein J und eine Spirale. Okay. Ein T mit einem Punkt. Das ist da. Der Wind mit den Kreisen ist auch hier. Super. Haben wir direkt schon mal zwei. Da war noch was Pinkes. Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche noch ein J, ein C und eine Spirale. Die Spirale ist da, glaube ich. Nee, das ist das J. Aber das brauchen wir auch. Die Spirale ist da und da ist das C. Super. Super. Das Pferd wird fröhlich. Und tschüss. Super. Müssen wir jetzt zu Jade zurück? Ja, anscheinend schon. Okay. Dann machen wir das. Hui. Dann ist es auch erledigt. Ah, ich habe übrigens eine neue Sache beim Mutterstein freigeschaltet. Fällt mir gerade auch ein. Und zwar habe ich das jetzt freigeschaltet, dass ich von den Pflanzen, die ich ernte im Garten, dass ich von denen Licht bekomme bei der Ernte. Ich meine, es ist jetzt sowieso nicht mehr so viel zu machen beim Mutterstein tatsächlich. Also wir sind hier fast durch. Äh, aber ja. So. Hallihallo, Jade. Erzähl mir, was passiert ist. Ja, also wir waren mit den Pferden unterwegs und dann wollte das Pferd zum Runenstein und dann waren wir beim Runenstein. Was hast du herausgefunden, Tilda? Bist du schwerhörig? Wirklich? Du hast mit Petra und Erenis Runensteine stabilisiert? Nee, nur mit Petra. Petra und Erenis sind beide Runenpferde. Es ist also nur logisch, dass sie sich Stabilität für alle Runensteine auf Jorvik wünschen. Da sie sich meistens in den Wildwoods aufhalten, hat es eine besondere Bedeutung, dass sie dich als Freundin ausgewählt haben. Die ihnen helfen, soll die Runensteine hier in Hollywoods in Balance bringen. Wir sehen uns später. Okay. So, weiter geht's. Tilda, du hast positive Auswirkungen auf Followwoods. Ach, danke schön. Alles gut. Okay. Jetzt haben wir nur einen Kreis. Mit welchem Pferd dürfen wir uns denn jetzt anfreunden? Oder sehen wir jetzt beide? Hui! Ach ja, ich hätte vielleicht... Ich glaube, wir... Entweder sehen wir jetzt beide oder wir werden wieder mit Petra was machen. Mal gucken. Da hinten. Da ist es Petra auf jeden Fall. Hi! Ah, das sind beide! Hi! Oh, wie schön! Aber das will ich jetzt... Da will ich ein Foto von. Für das Thumbnail. Okay. Ach, die sind so schön. Kann ich eigentlich auch hier durchlaufen, so als Mensch? Nee, kann ich nicht. Okay. Kann ich nur mit dem Pferd durchlaufen. Hui! Das ist so doof, dass das da manchmal runterfällt oder auch auf einem Baum landet. Das ist so doof manchmal. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück zu Jade. Bring das weg. Bring die Quest weg. Ich meine, wir haben dann erst zehn Minuten, aber wir finden schon noch was zu tun. Wir sind ja jetzt gerade leider ein paar, ja, Mini-Quests zwischendurch. Ich denke, in der nächsten Folge werden wir weitermachen mit den Erinnerungsfragmenten, damit ich die durch habe. Also Teil 1 haben wir jetzt abgeschlossen. Jetzt fehlt halt der Rest noch. Äh, ja. Was ist passiert? Erzähl mir, was passiert ist. Ja, wir haben die beiden getroffen. Die haben sich von uns kuscheln lassen. Du hast sowohl den Segen von Erenis als auch von Petra erhalten? Das ist unglaublich. Diese Pferde sind mit dir und dem Wald verbunden. Die Runenläufer schenken ihren Segen nur den Menschen, die ihr Vertrauen gewinnen konnten. Für sie ist das die größte Bekundung ihres Respekts. Tilda, was du getan hast, hat dafür gesorgt, dass Erenis und Petra durch Hollowoods ziehen und die Runenstände bewachen werden. Im Wald einem Pferd zu begegnen ist stets ein heiliges Ereignis für uns Droiden. Ja! Wir haben die beiden jetzt hier. Wir können die beiden jetzt kaufen. Für 450 jeweils. Genau, das ist Petra in der, äh, ja, unverwandelten Form. Und das Erenis in der unverwandelten Form. Falls ihr was im Hintergrund schreien hört, das ist mein Kater. Der sitzt vor der Tür und will unbedingt rein, aber er darf nicht. Ja. Schön, dass wir die beiden jetzt haben. Ich hab, wie gesagt, hier weiter gemacht bei, hier, Vater Erde, genau. Ich hab das hier jetzt, ich hab mir erst das geholt und dann hab ich das hier geholt gehabt. dass, wenn die Pflanzen in den Raleigh's Garten voll ausgewachsen sind, gewähren sie bei ihrer Ernte Licht. Ja, ich will mir das hier jetzt noch holen, weil dann bin ich mit dem Licht komplett versorgt und kann mir den Rest auf jeden Fall dann auch noch holen. Also der Rest wird auch noch alles, äh, ja, kommen tatsächlich. Und auch hier noch. Ja. Gut, was machen wir denn jetzt noch die letzten drei Minuten? Also ich wollte jetzt tatsächlich eigentlich keine Quest mehr anfangen. Deswegen würde ich einfach sagen, wir gehen jetzt Seelenreiten machen. Da bin ich tatsächlich auch schon einiges, äh, ja, hab ich tatsächlich auch schon einiges an Punkten gesammelt, aber noch nichts abgeholt, weil ich das mit euch zusammen machen wollte. Äh, ja. Ich bin jetzt kurz vor den 10.000 tatsächlich. Ich glaub so 8.400 oder so hab ich, oder hatte ich? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, ist jetzt auch schon wieder ein, zwei Tage her. Ich mach das zwar so gut wie täglich, zwischendurch vergesse ich es einfach, aber ich mach's täglich. So, gucken wir mal. Wie weit sind wir dann hier? Oh, wir sind tatsächlich schon bei den 9.000. Ja, heute Morgen noch und dann sind wir bei den 10.000 und dann werde ich auf jeden Fall mal eine Folge davon machen. Training, Geistlichter sammeln. Machen wir das mal. Okay. 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 Beziehungsweise ich denke, ich kann schon eine Folge kann ich schon machen. So. Weil ich glaube nämlich ab 10.000 Punkten kriegen wir die Missionen freigeschaltet. Und mit den Missionen können wir halt nochmal extra Punkte sammeln. Ja, ich trinke mal gerade einen Schluck. Könnt ihr auch gell machen? Super. Ja, noch 400 Punkte beziehungsweise Oh, da hinten. Ich hol kurz, dass das ihr licht. Die 400 Punkte von morgen noch und die 200 Punkte von heute und dann haben wir es. Mond. Okay. Die Sonne hinter uns. Ja. Aber dann haben wir es ja, sind wir mit dem Seelenreiten auch ganz ganz gut schon vorangekommen. Also auf McKenzie habe ich mir für das Seelenreiten habe ich ein halbes Jahr gebraucht. Da muss ich aber auch dazu sagen, dass ich sehr, sehr, sehr oft das Seelenreiten einfach vergessen habe. Ähm. Weil ich meinen Stall noch nicht in Reldale hatte. ich hatte den da noch, glaube ich, auf Südhof. Und das war immer so ein bisschen problematisch, dann von Südhof nach Reldale zu kommen. Beziehungsweise es war nicht problematisch, es geht ja Pairtransporter etc. Aber ich habe halt meine Runde gemacht und habe halt während der Runde wollte ich dann halt auch Seelenreiten machen, aber ich habe es halt immer vergessen. Deswegen bin ich irgendwann auch sehr Reldale gegangen, damit ich das Seelenreiten nicht mehr vergesse. So, jetzt sind wir hier auch durch. Genau, 100 Punkte und dann fangen wir den Flüchtigen noch und dann sind wir für heute auch durch. Dann ist das erledigt. In der nächsten Folge machen wir dann entweder mit, ja entweder hier oben eine Folge beim Seelenreiten oder wir machen eine, wie heißt das, wieder die Fragmente suchen. Wahrscheinlich eher Fragmente suchen. Es tut mir auch leid, dass mein Hals gerade sich so komisch anhört. Ich bin einfach erkältet. Hallo? Ich kriege zwar schon Medikamente dagegen, aber irgendwie will das nicht ganz. So. Hallo? Da. Hallo? Achso, die Energie geht trotzdem runter, auch wenn das Ding nicht da ist. Gut. Super. Ja. Morgen noch und dann bin ich bei den 10.000. Wir kommen immer näher an die Schrand, mein Süßer. Ich meine, sind da noch nur noch 110.000 Punkte, die ich dann sammeln muss. Aber passt schon, passt schon. Gut. Ja. Ich denke, dann sind wir hier auch soweit fertig. Und ja, dann werde ich jetzt noch, ich glaube, zwei Folgen wieder, ähm, wie heißt das? Erinnerungsfragmente suchen. Dann wieder zwei Folgen am Mutterstein. Dann wieder zwei Folgen Erinnerungsfragmente suchen. Und dann, äh, ein, zwei Folgen oben am, am Seelenreiten. Ja. So geht das dann halt die ganze Zeit, bis ich mit den Erinnerungsfragmenten durch bin. Gut. Dann war es das jetzt von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.